Kann nicht jeder so ein Poet sein. Sollen wir uns das Safe-Mophead angucken? Selbstverständlich. Bist du aber schon fertig mit Laden? Bei mir dauert das etwas länger. Du stehst doch schon da. Ja, aber jetzt erst. Oder jetzt esse ich erstmal was. Und sofort ist alles wieder da. Ach, MRE, das ist einfach geil. Zack, die Bohne. Einfach geil. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ich lauf hier rum. Vor dir. In front of you. Kann ich echt den Hammer auf eins setzen? Geht das? Nein. MRE ist voll. Also kannst du schon, aber er nimmt dich nicht. Ich glaube sogar MRE hat mein Dings geheilt. Ich bin nicht mehr rounded. MRE, du. Da steht einer. Mit der Schrotflinte. Vorne im Tor. Aber ich glaube, das sieht aus wie ein... Ah, nee, ist doch ein Spieler. Das ist ein Spieler. Wenn der jetzt hackt, dann haben wir es auf Video. Aber wir kennen seinen Namen nicht. Das stimmt. Ich könnte ihn aber anzoomen. Ich laufe auf mit Zoom und zoome ihn ins Gesicht. Zack. Wo ist er? Hä? Da. Ich gehe in die Proximity Chat und schreibe. Hi. Weißt du, was fies wäre, wenn der uns jetzt hinterherläuft, bis man schießen kann und uns dann erledigt? Wird auch high geschrieben. Aber im Global. Aber der hat meinen... Irgendwie kann mein High gar nicht an hier in Proximity Chat. Das ist zu kurz. Ach so. Ja, so sieht so ein Safe-Settlement aus. Ja, und irgendwie konnte man sich als Alpha-Vorbesteller... Ich weiß nicht, was das genau war, aber man konnte irgendwie so ein Safe-Settlement für ein halbes Jahr oder waren das... Nee, einen Monat, oder? Oder einen Monat? Ich dachte, sechs Monate mieten. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was man hier mieten soll. Ob denn hier so eine Hütte kriege ich's. Aber was bringt uns so eine Hütte, ganz ehrlich? Also... Nee, ich möchte auch nicht so eine Hütte haben. Ich muss ja mal hier hin zurücklaufen. Und die sagen nicht so, dass es hier Parkplätze gibt. Die brauche ich nur auf jeden Fall. Hier, der Grüne gehört mir. Das ist mein Zweitfahrzeug. Ich war hier mit dem Trailer. Aber sonst hat sich ja nix getan, irgendwie. Ist er jetzt runtergejumpt? Hat das geklappt? Oh, stimmt. Ich bin einfach so runtergegangen. Ich glaub, hier kann man keinen Schaden nehmen. Jo. Ich hab' ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich war so voll im Borderlands-Feeling. Scheiße, das hätt mich bei mir kosten. Wegen dem Bus hier, ne? Ja, genau. Auch wegen dem Bus. You mad, bro, Seth? Was? Ob der traurig ist. Aber wer ist Bro, Seth? Ja, aber Seth ist ja traurig. Englisch, Mathe. Wir machen mal auch noch Mathe-Videos. Und Englisch-Videos auch noch. Und überhaupt. Mad ist doch so ein bisschen Baller-Baller, oder nicht? Für die dummen Leute jetzt übersetzt. You mad heißt doch, ja, regst du dich auf oder so? Moment, der ist hier nach rechts gelaufen. Was macht der? Wo seid ihr? Ich bin rausgelaufen wieder vorne. Ich und mein Binocular. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass der uns erwischt. Der schießt auf keine Frau. Ja. Nesferatu. Pass auf, jetzt ist das Bernie. Mhm. Vom Namen her würde es vielleicht passen. Obwohl, ne, er hieß bei Daisy auch immer Borderlands. Er hieß bei Daisy auch immer Borderlands. So, jetzt, bevor du da in die Richtung wieder gehst, erst mal gucken, wo man hingehen kann. Könnten natürlich auch zurück hier hinten in die Ecke gehen. Aber das könnte eine Falle sein. Da kommen wir nicht wieder, also da haben wir nicht viel bewegungsfreier Raum. Mir geht es wieder gut. Ich muss mal in meine Anruhe, wo ich jetzt in der Safe-Strom bin. Ach mal, ich, die glaube ich... Wir könnten auch nochmal versuchen in das alte Gebiet. Essen und trinken und dann noch ein bisschen Pankilas mal noch nach oben in die Haupttastenfunktion. In das alte Gebiet. Ist aber ein kleiner Weg, aber wir könnten hier hinten rum vielleicht. Meinst du, man könnte... Das geht nicht, das habe ich schon mal versucht. Über die Valley da. Die Valley, ja, das schön über die Valley. Ich bin die Nelly, ich springe vor dir rum hier im Valley. Aber wo gehen wir hin? Ich habe keinen Plan. Ich springe nur, weil ich springen kann. Ist das geil, wenn so eine Frau vor dir rum springt und so stöhnt? Ja. Was hältst du von Sleepy Crest? Ja. Alles klar. Gut. Bin ich mal gespannt. Not allowed to use weapon. Laud tracks is global inventory. Alpha Tash Functionality is subject to change. Aber vielleicht hat man noch die Safe Zone generell nur, wenn man bezahlt. In Zukunft, wenn das fertig ist. Könnte sein. Dass das so ein Premium... Das ist ja Marketplace weg geht oder was? ...Premium-Dings. Nein, nein, die Safe Zone. Ach, keine Ahnung. Was ist damit? Aber die Safe Zone macht das Spiel eigentlich aus. Warum das denn? Ich finde das geil mit der Safe Zone. Das ist ein Ort, da kann man sich sprechen. Da kann man Freunde treffen. Da kann man mal zusammen die Horde richtig aufmupfen. Da kann man Gruppen bilden. Da kann man die Horde aufmupfen. Dann ist man so auf... Nee, ausgebüxt. Dann bin ich so richtig ausgebüxt. So ein ausgebüxter. Ja, Mensch. Wir reden hier gerade über eine ganz bestimmte, ganz gespinnte Person, die leider keine Letztalks mehr macht. Nee, wie? Gibt es da was Neues? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, in der letzten Zeit ja nicht. Also, ein gewisser YouTuber, der macht immer Letztalks. Ich möchte jetzt hier keine Fremdwirkung für ihn machen, weil er schon groß genug ist. Ja. Und sei es drum. Unser nächstes Ziel ist... Was ist denn da oben geradeaus? Ja, im Busch. Felsen. Du kannst auch zoomen. Ja, ja, das sah so aus. Da oben geradeaus? Ist also bei der Tanne oder weiter? Das ist der Terni. Nee, ich glaube, da ist nichts. Ich finde es nicht so gut, dass ich hier mit der Moosberg unterwegs bin, nur... Das ist sehr scheiße. Ich werde das mal umswitchen, nochmal hier auf die SIG. So. Zombie-Gefahr ist hier ja nicht. Aber hier sind alle hochkonzentriert. Das merkst du schon. Keine Kinder auf dem Server, ne? Die sind alle nicht so wirklich am chatten. Ja, da weiß man, also... Es ist halt... Es ist halt die War Vat. Es ist nicht Battlefield 3? Mhm. Immer am Lauern hier. Das war jetzt noch am Anfang, wo die Berge so gerufen haben nach uns. Nee, stimmt. Das war... Das war schon... Das wollte ich gestern, glaube ich, noch erzählen bei der Aufnahme, wo wir da in der Därmerung unterwegs waren und dann kamen so gruselige Roofe von den Bergen. You know? Ja, ich weiß. Da hatte ich richtig Angst. Da hatte ich richtig Angst, ey. Vielleicht geht es ja jetzt wieder los. Boah, wir müssen noch richtig laufen. Oh fuck, ich muss was essen. Aber ich will mal auch testen, wie das aussieht. Ja, wir haben ja jetzt herausgefunden, man kann das richtig laufen lassen. Man kann das... Man muss sich da keinen Stress mit machen. Mit dem Essen. Im Moment zumindest noch nicht. Nicht stressen mit dem Essen. No stress with eating. Stretching. Ich glaube, meine Hose ist auch voll stretchy. Guck mal, wie mein Arsch da sich so ein bisschen... Ui, 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 ui. Und dann diese Adidas-Streifen hier an der Seite. Hot, hot, hot. Aber die ist ein bisschen kaputt, die Hose. Nee, warum? Vorne? Nein. Ist sicher voll die Schlitze drin, vier Stück? Das ist so heutzutage. Das ist trendy, topik. Ist das a used look? Ja. Sieht aus wie ein Zombie-Angriff-Look. Mhm. Nein, der Zombie heißt... Ähm... Peter Lustig? Nee, die Hose ist ja auf jeden Fall von Karl Lagerfeld. Aber der sieht ja auch aus wie ein Zombie. Das passt ja. Ja, tatsächlich, das Zeug heilt alles. Das ist voll geil. Ich drücke F5, ich speichere. Erstmal speichern. So wie bei, ähm... Wo war das? Mit dem Speichern. War das nicht bei Battlefield? Erstmal speichern. Doch, das war bei Battlefield. Beim Laden von Battlefield wurde immer noch gespeichert. Stimmt. Erstmal speichern. Da wird auch... Da wird immer noch gespeichert. Das ist wichtig. Bei Multiplayer-Modus zu speichern ist immer das Beste, was man machen kann. Moment. Was geht da vorne mit dem Randy Random? Wird der es schaffen, aus seiner Starre zu erwachen? Oh, und da geht es auch schon weiter. Oh, ich habe meinen Namen, Jakko, geschrieben. Hi, I'm fine and you. Nein, mein... Random Test Name. Das ist ein Test Name, Leute. Ja, das ist nicht random, sondern das ist ein Test Name. Das muss man richtig brüllen. Du fucking Test Name. Hi, I'm fine and you. Boah, du bist so nett, ey. Du bist so nett. Hast du auch gerade deinen Donnerstag, 12 Uhr mittags? Ich habe meinen Donnerstag und 12 Uhr mittags immer. Komm, wir laufen mal. Komm, wir rennen mal. Das ist geil. Da rutscht die so. Ja, nicht, dass du dir jetzt die Beine vergleichst. Ach, ich dachte, ich habe gerade schon geschaut. Ah, jetzt mach die wieder mal. Ah. Da, schon wieder. Jetzt guckt er nicht. Jetzt guck mal. Da rutscht die auf den Knie, so wie die... Richtig geil. Warte noch mal. Guck auch. Ja, ich gucke doch. Ah. Da ist er drüber noch. Ah, Moment. Momentchen. Ja, jetzt mach auch. Ah. Hey, soll ich wieder weggucken? Was zur Hölle versuchst denn du da? Da. Habt ihr das gesehen? Bei mir bist du da einfach drüber gelaufen. Ach, doch ja. Boah, Mensch, das war jetzt aber spannend. Da, aber schon wieder. Und der Kuh liegt schweig. Bei mir macht die nichts. Oder auch meine Figur... Meine Figur macht nichts. Nein, rutscht er da nicht so gut runter auf den Knie? M-m, Pussy. Cat. Können vielleicht nur Frauen... Du bist hier die Pussycat. Ich weiß. Bei mir macht er das andauernd, wenn ich ihn wogegen hüpfe. Bei mir macht er das so, ey. Ich schwebe knierend über den Boden. Ich gehe hier eher im Schatten. Da sieht man nämlich einen schlechter. Wer soll uns hier denn sehen? Hier ist doch wieder keiner. Wir sind so einsam. Was wird uns erwarten? Was wird uns erwarten, wenn wir ehrlich sind? Ganz ehrlich, das war bei Daisy besser. Was? Da konntest du wenigstens unendlich laufen und einfach gerade durch. Nee, da konntest du nicht unbedingt laufen. Klar, bei Daisy konntest du unendlich laufen. So lang ist es schon wieder her. Das Gedächtnis, ey. Das Gedächtnis des Randoms. Dann müssen wir doch hier so ein bisschen die Chipmunks wieder rausholen, glaube ich. Wir rennen jetzt aber auch mal. Das könnte natürlich gechipmankt werden. Da müssen wir die Leute abstimmen dann. Dann haben wir mal ein Voting. Am besten auf unserer Facebook-Seite, auf deiner Facebook-Seite. Das Problem ist, unsere Zuschauer, die neuen, jetzt von dem neuen Kanal, wissen, glaube ich, noch gar nicht, was Chipmunk ist. Doch, das haben die gestern und heute kennengelernt. War das nämlich im Battlefield. Ja, die gucken auch kein Battlefield mehr. Doch, Battlefield läuft voll gut. Guck mal die Aufrufe. Na gut, stimmt. Die Aufrufe, die holen es dann doch wieder raus. Besser als FIFA. Die Leute kommentieren noch nicht. Das finde ich schade. Einfach mal kommentieren, Leute. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich glaube, wir sind gleich da. Wie sieht die Waffe eigentlich so aus, hier, wenn ich die so rausholte? Sehr erotisch. Sehr erotic? Wie sie in deiner Hand anschmiegelt, schmiegt. Anschmirgelpapiert. Wunderschön. Wunderbar. Jetzt rennen wir gleich wieder an den Berg hoch und kommen da nicht runter. Pass auf, komm, wir gehen hier mal außen rum. Meiner geht, hä? Meiner geht alleine. Was hat der denn? Krass. Was hast du gedrückt? Keine Ahnung. Nicht, ich drücke grad gar nicht. Der läuft von Gott alleine. Gibt's hier so ein Auto laufen, oder was? Der zieht voll. Der ist schlachen Fall. Guck mal. Bei mir sieht das so aus, als würdest du einfach laufen. Ja, das suche ich aber nicht. Versteck mich hier mal in den Busch. Im Busch, da ist eine Musch. Ich kann auch meine Dings nicht verändern. Einfach nochmal alles drücken. Nee, das ist scheiße. Warte mal eben. Erstmal, muss ich aber erstmal stehen bleiben. Ja, ich muss mich gleich mal eben ausloggen. Dann komme ich hier nicht mehr drauf. Ist sie eben ausloggen? Warum? Kann mich überhaupt nicht... Kann nicht... D. D kann ich nicht. Versuch die mal hinzulegen. Jetzt geht's. Er klemmt die Taste und der Random wird verrückt. Ich werde verrückt, ich bin verrückt. Zombie-Apokalypse. Ich glaube, ich muss hier mein Zombie da hinten mal abknallen. Hast du jetzt eigentlich die M4 dabei? Nee, die hab ich gesichert. Ach. Aber die 9mm. Yes. Hab ich hier eigentlich mal in den Magazin gegeben? Nein, ne? Das könnte ich mal eben machen. Das ist noch dabei. Da liegt's schon. Cool. Zack, so schnell geht das hier. Cool, und du bist noch nicht mal schwul. Ja, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber der reine wird das sicherlich irgendwann aufklären. Es reimt sich. Ah, es reimt sich. Wir werden hier nicht runterkommen, weil die scheiß Stadt in dem Tal liegt. Neger ist in Japan. Ein Neger ist in Japan? Bitte, hab ich nicht gesagt. Dann geh ich hier mal runter, das scheint zu gehen da. Ich kann nicht mehr erinnern. Bandagen hab ich auf 3, Penkeler hab ich auf 4, Wasser hab ich auf 5 und Beck MRE hab ich auf 6, wie sieht deine Bedingung aus? Wasser hab ich auch auf 5. Ich hab Wasser auch auf 5. Ey, wenn ich auf 5 schalte kommt eigentlich sonst pro 7, aber hier kommt Wasser 1ml. 1ml Wasser sogar. Krass. Wie viel 1ml Wasser hast du denn? Ich hab nur noch 45er. 700. Dann hab ich auf 6 Binoculars, auf 3 ist nichts und auf 3 ist die Washburn. Auf 3 hat der Kollege leider nicht. Das sollte ich mal was hin tun. Was könnten wir auf 3 tun? Vielleicht Bandages? Bandages. Dann haben wir die 3 und die 5 haben wir together. Krass. Let's have together. Let's have it together. Ah, krass. Hab ich nicht. Es ist wirklich mal Zeit. Alter Verwalter. Weil bei Daisy hättest du ja eventuell jetzt schon eine Karre gehabt, ne? Nein. Also mit Karren brauchst du mir jetzt hier nicht anders. Mit Moral. Dann wärst du gekickt worden. Dann ist die City wieder. Das ist nicht. Ne, das ist ne andere. Wir sind mittlerweile schon wieder weitergelaufen. Egal, ich glaub jetzt einfach geradeaus da rein und alle tot. Geradeaus inside. Ich will wenigstens einen Blick auf die City werfen, die hier in the Tail ist. Die Bigger? Die Bigger, ja. Das andere ist nur ne Farbe. Ja, das scheiße. So, hier oben hätte man einen richtig guten Sniperpunkt. Doch Moment, das ist jetzt aber auch nicht gerade so groß hier. Hm. Sieht aber ganz gut aus da. Ne, Moment, da unten läuft einer. Ja, da läuft einer. Scheiße, das ist zu weit weg für unsere Waffen. Hat der uns gesehen? Ich glaub der hat uns gesehen. Scheiße, jetzt ein Sniper. Siehst du den? Hello. Hallo. Ja, hört ihr, meint der uns wohl? Ja, könnte sein. Wo steht der denn? Ne, ich glaube der hat uns nicht gemeint. Ah, den müssen wir erledigen. Der hat uns, der hat unsere Loots. Sollen wir den jagen? Ja, den jagen wir. Die Pistole haben gesteckt. Geil. Ja.